Yo ihr Krossen! Battlefielder, Fighter, Corona kranken, Freaks Habibi Ist da draußen, der Erkan fightet hier heute mal wieder ganz letztlich bei Battlefield dabei Wir starten los, jetzt auf A und B und Dekki Ja, es ist so schade, ich habe mich viel zu spät im Dekki, es ist so ein geiles Genk Ich habe mich jetzt auf Level 39 hochgefightet, okay, es ist nicht viel, in 100 Stunden oder so Und jetzt bin ich dabei und kämpfe ich schon mal auf Level 40 hoch, oder? Wod wieder ist der Mach-Nachmet 05, okay man Jetzt ist es von Lotto-Lapperei, müssen wir auch mal ein bisschen kämpfen Die Wäsche wieder drüben Haben wir schon mal einen erwischt, sehr gut Man muss sich auch immer konzentrieren, logischerweise, sonst nicht keine Konfrierung mehr Fuck! Ah, hat er mich erinnert! Snapper, Useful 9.06 Dir, hey, der ist natürlich fällig Ja, wie gesagt, hey, ich muss jetzt ein paar Punkte machen heute, dass ich noch auf Level 40 hochkomme, bevor Battlefield abgeschaltet wird Nein man, es wird nicht abgeschaltet Aber es gibt nur noch ein Update Und die krassen Freaks von DICE, die was halt Battlefield geboren haben, vor allem jetzt, wollen halt nicht mehr dann weiter updaten Also keine Ahnung, Battlefield 6 rumarbeiten, oder? Oh da ist einer Haben wir schön erwischt, oder? Da kommen wahrscheinlich noch mehr von da drüben Er schleicht sich an, der Hurensohn her Er schleicht sich an, der Hurensohn her Nur gar kein Überblick, Verlauter Laberei Ja man, ist voll die schau, traurige Nachricht an alle, die was Battlefield lieben Am Battlefield 10, ich finde, das ist ein ganz ehrliches, straightes Game Ja? Nicht zu komplizierte Waffen Ups Oh, der ist ja nicht Wo geht's denn? Verlauter muss mich konzentrieren hier Nicht zu viel Texte Hat schon Darado früher gesagt Und es ist voll schade, dass man das Game jetzt aufgeben tut Hey, wieso, ich hab den Kopf getroffen, Mann Ich muss 100 Jahre nachladen, Scheiße We have armed objective, Anton Schau Das ist auch wenn er versteckt Komm, hey, ich erwischt mich Erwischt, Mann, tot Ja, gab viele Beschwerden und was weiß ich was Aber ich mein Du kannst dich schon mal alles perfekt machen Das Spiel ist eigentlich schon ziemlich straight und cool, finde ich, ja Ich hab auch keinen Bock, dass ich mich jetzt so voll kompliziertes Noise-Game rein Ficken zu, hey Okay, haben wir erledigt Deswegen finde ich schade Das ist der, den sie bringen hat Ah, fuck, nachladen Da hab ich nicht aufgepasst, Mann Jetzt halt, du brauchst bei dem Beim Centa 29 immer 2 Schuss Ja, 2 Schuss Wo ist er, wo ist er, wo ist er Komm raus, Bruder Er traut sich nicht, Scheiße Okay, ist weg Da oben drin Keine Ahnung, was sagst du, hey Bist du's okay, bist du berechtigt, das hat's keinen Sinn, du hast das Spiel von vorne rein, von oben Hat's keinen Sinn, den weiter zu entwickeln oder weiter abzudaten und einfach muss man warten, bis das neue Spiel kommt Oder sagst du, hey, der Spiel hat eigentlich noch Endspotenzial Und es ist voll schade, dass man den einfach so aufgeben tut Die Meinung sind gespalten, ja, Mann Fuck, ey, ich schlick so gut gerade oben Ja, ich brauche ein bisschen länger, wenn ich nicht mehr den reinverwicht habe, ja, das ist der Wahnsinn Ja, krass, ja Und dann ist es schade, wenn es wieder vorbei ist Weil, klar, Technik und so, ja, klar, Mann Oh, so kommt der von da drüben an, oder was? Und wenn du kennst, dann lernst halt da die Maps und so, ja Dann fühlst du das voll gut, so, ja Und sind halt da sozial Okay, aber vielleicht ist das Update nochmal cool und so Aber es ist so ein Begriff, wenn du weißt, dass Wir kaufen den Döner, den noch einmal aufgewählen würde Und den Döner macht eigentlich keinen Bock mehr drauf Jetzt kenn ich die Maps voll gut, verstehst du? Ich bin alleine, helf mir! Ich bin alleine, helf mir! Komm, 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 komm Ich stelle sie in die Meere, ja Nee, machen wir das Oder, 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 oder Ich zuste habe ich voll schade So, Orochi ist der Squad Leader, eigentlich Nee, äh Kanzler habe ich ja ins Camp Road gehen Der Pedernboot, kann ich hin? Ach, da Ich kann aus der Combat Area raus Ach, der wird jetzt rausgekehrt fast Die Snipern heute Ich liebe den Sniper hier, wenn du siehst Da oben hängt der schon Ja, ha, 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 ha Hast du gesehen, wie ich den da oben abrasiert hab, man Da oben ist er gegangen, geiler Punkt Das war genau die Stelle, wo ich gemeint hab, wo die Spaniger Und dich auch, ey Dich hab ich auch gekillt Weil sie wissen, Erkan ist der geilste Sniperer hier Ey, das macht halt, das ist so simpel, das Game, ja Und es heißt irgendwie geht es uns auf die Haut, Bruder, ja? Wenn ich nur nur in so einen Wegballern will, ja, und du halt schneller bist. Okay, ich weiß nicht, ne? Ich hoffe, dass ich zu dir bin, ich halt voll in der Lama stehen. Männer, hau ab! Der fourteen bleibt, dass ich nicht einsp anderen bin. Supere Summe fehler! Das Lopez wird ihn geben. Das macht's ein Einzelueg teaches. Was ist mit dem Laster da? Boah krass oder der Typ? Habe ich den Panzer gerettet? Nein. Der Typ war gnadenlos. Ja wie gesagt, es macht Bock das Geld. Da kommt einer. Du Schwein, du bist du. Ja man, wieder einer weniger. Ach, es macht zu blocken. Snipern. Bei dem... Bei dem merkt der Sniper, wie geil es ist. Halt doch mal. Habe ich den. Ja man, und dich habe ich auch noch. Den Wasserbügel. Da kommt der nächste dahin. Scheiße. Der hat auch nicht abgelehnt. Ja man, schon wieder einer erwischt man. Schon wieder einer erwischt man. Da geht nicht die Ammo aus. Das war ich so geil. Geil Mann, ey. Oder so geht das. Und sie wieder von da drüben, oder? Objektiv Färta ist beinahmt. Ja, habe ich ja schon mal Punkte bekommen. Und ich komme heute noch auf Level 40. Ich schwöre dich. Und du bist dabei. Wir nehmen das Trott auf. Und ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Ich habe es gelesen. Sie gehen. Sie sind auf die Färta. Was haben wir geschafft? Major Defeat, ey. Also an mich hat es nicht gelegen. Schau dich an, wie viel ich gewonnen habe, man. Major Defeat, ey. Erkan Krass, schaust du dich an? Erkan Krass, Defeat, Squat, Abel. Erkan Krass, voll dabei, Zweiter von rechts, Mann. Jo, jo, jo. Okay, das war klar. 14.000 Punkte genommen. Ja, Rank 40, du bist dabei, Bruder. Wenn der Erkan offiziell auf Rank 40 auf geht, Statistik. Acht Kills. Acht Kills, Bruder. KD-Ratio. Nicht einmal gekillt. Ne, einmal gekillt. So geil. Die beste KD überhaupt, ey. Scoreboard. Erkan von 16 auf 7. Das ziehst du dir rein, Mann. So gamet man korrekt. So geil. So geil. Herrlich. Ja, Mann, okay. Das war das Game, wo der Erkan auf den Level Dings hochgegangen ist. Auf Level 40. Hier ist der Beweis. Da. Feiert ihn. Hier, Rank 40. Jetzt brauche ich nochmal 10.000, dann komme ich auf 33 bei Dings, beim Ketchup-Drank. Der ist scheißegal. Ja, Mann, Freaks, es hat Spaß gemacht. Wir geht gleich weiter mit dem nächsten Round Rush Twisted Steel. Ciao. Ciao. Ciao.